Aquaback, das Fitnessstudio im Wasser. Aquaback ist ein gelenkschonendes Zirkeltraining im Wasser. Es stärkt in nur 45 Minuten die gesamte Muskulatur, verbessert die Kondition, körperliche Fitness und optimiert die Figur in kurzer Zeit. Dr. Uwe Schlünz, Entwickler der Aquaback Unterwassertrainingsgeräte, empfiehlt die Kombination mehrerer Trainingsstationen, um die verschiedenen Muskelpartien anzusprechen. Die zehn Stationen des Zirkeltrainings im Wasser bestehen aus fünf Geräten und fünf Zwischenübungen, die im Wechsel trainiert werden. Dreimal 60 Sekunden werden die Übungen pro Station durchgeführt, bevor die Musik das Signal gibt, zum nächsten Gerät zu wechseln. Dadurch wird der ganze Körper optimal und effektiv trainiert. Das Aquaback-Gerätetraining schafft eine größere Motivation, regelmäßig und langfristig im Wasser zu trainieren und die Bäder schreiben mit den Kursen schwarze Zahlen. Das Aquaback Fitnessstudio im Wasser setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Effektivität und Bewegungsqualität. Dieses Konzept ist einzigartig und aufgrund der Übungsvielfalt im Aquafitnessmarktsegment weitgehend konkurrenzlos. Aquaback-Zirkeltraining zeichnet sich besonders durch Effektivität aus und bringt erfolgreich neue Besucher in die Schwimmbäder. Aquaback – denn wir alle arbeiten an dem Ziel, unsere Körper gesund und nachhaltig zu kräftigen. Talibhaus Dramatis – Liestein Vielen Dank.